Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiele und Siedlerfreunde zu die Siedler 7. Oh, wir haben kein Mehl mehr. Das wäre jetzt aber nicht so schön. Oh, und wir brauchen mehr Platz in diesem Lagerhaus. Ja, müssen wir sich das Lagerhausausbau freischalten. Wie sieht es im Nebelsumpf aus? Ja, dafür brauchen wir mehr Truppen. Also wir haben zwei Siegpunkte, Wolfwing hat null. Wolfwing müsste jetzt aber irgendwann mal anfangen, irgendwas zu machen. Schicken wir aber vorsorglich doch unsere Truppen hierher. Weil, wenn ich so gucke, müsste der Nebelsumpf ja genau auch so verbunden sein. Ja, welche Siegpunkte haben wir denn? Imperator, weil wir die meisten Sektoren halten. Sparfuchs, weil wir Geld haben. Ja, Sonnenkönig. Oh, Wolfwing fängt jetzt doch mit Truppen an. Ja. Hä? Keine Soldaten, die es mal aus dem Posten, deswegen kann Wolfwing ein super einnehmen. Ja. Hier. Gлось mal vor. Boah, trata- Und ja, irgendwie sollten wir gucken, dass wir dann doch irgendwie an den Prestigepunkt kommen, um den Lagerhausausbau zu machen. Da unsere Weizenproduktion soweit gut ist, werde ich hier noch eine Mühle errichten. Okay, Wolverine hat den Sektor erobert. Schafszucht ist errichtet. Ah ja. Ja, ein paar von den kleineren Prestigeobjekten noch hier platzieren. So, Lagerhausausbau, damit wir das Lagerhaus auf jeden Fall mal ausbauen könnten. Und das Lagerhaus. Und in den Sektoren die Hauptlagerhäuser mal zum Ausbau beigeben können. Das wäre in dem Fall das Lagerhaus hier. Ja, hier ist nirgends Platz. Also muss ich wohl über hier die Pferdezucht hinstellen. Die wird dann auch mit Wurst beliefert. Und ja, unsere Bauschlange ist recht lang. Also müssen wir jetzt mal ein bisschen warten. Nebenbei lange Bauschlange. Ja, Werkzeugmacherei nach Bedarf. Mit Fisch, genau. Also mit einfacher Verpflegung. Oh, und das ist nicht sehr schön. Das ist gar nicht schön. Wolverine ist jetzt schwere Geschütze, halt. Ja, damit ist er irgendwann in Angriffsreichweite gegen uns. Ja, das nächste Problem, was wir haben, um die Handelsrouten zu etablieren. Also die Prestige-Routen. Brauchen wir die besseren Händler. Und für die brauchen wir eine bessere Handelsgilde. Ja, wir haben viel zu tun. Hm, Kirchenausbau nicht. Händler geht in Ausbau. Auch wer soll als nächstes. So, dann bauen wir die Händler geht auch gleich aus. Gebäudeausbau fertiggestellt. Ja, sehr schön. Unsere ersten Lagerhäuser werden auch ausgebaut. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Und ja, die Route hier unten, die hätte ich gerne. Dann gehen wir hier hoch. Und hier zum Prestige. Dann können wir uns auch die noch holen. Ja. Viele Routen, die wir jetzt holen müssten. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ja, sehr schön. Und ich handel auch, glaube ich, immer noch fleißig. Ja, ja. Neuder Ausbau fertiggestellt. Gucken wir mal, Verpflegung. Wer bezieht gerade Wurst? In erster Linie die beiden. Okay. Konstruktionen. Da sind der Baumeister. Hier wird noch gebaut in dem Sektor. Geologe. Oh ja, das sollten wir jetzt mal auch langsam wieder hier ausstellen. Äh, immer. Äh, nicht untätig. Immer. Hier auch einen Geologen. Gucken wir mal, wie sieht es sonst so aus. Da arbeiten jeweils noch zwei Geologen. Können sie auch jetzt einstellen. Wir brauchen langsam wieder Eisen. Gut, wir kriegen auch wieder Eisen. Jetzt, da wir zwei Eisenschmelzen am Laufen haben. So, die beiden Lagerhäuser müssen noch ausgebaut werden. Äh, du arbeitest mit Wurst. So. Ein Schweinezüchter, um ein bisschen die Jäger zu kompensieren. Weil die Jäger haben zur Zeit nicht viel Wild. Und jetzt. das Haus gebaut ist, das heißt, wir können jetzt Kaufmänner anhören. Aber erst mal Handelsmode. Also, ich brauche jedenfalls zwei Kaufmänner bis jetzt und noch viel mehr Hausierer. So, und auch die Jägerhütte hat langsam Mangel. Deswegen ja die eine Schweinezucht. Oh, Wolfgang steht vor unserer Haustür. Das ist nicht so toll. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Hier können wir nichts weiter tun. Hier können wir nichts weiter tun. Ja, Händler und Tausierer kommen. Jetzt müssen wir langsam mal wieder Wohnhäuser ausbauen. Ein bisschen. Habe ich hier noch eins, das ich noch nicht ausgebaut habe? Ja, das allein stehende hier. Das heißt, hier noch eine Mühle hin. Die beiden ausbauen. Sehr gut. Eure Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten. Und du einfache Verpflegung und nur noch nach Bedarf. Obwohl, bessere Verpflegung, aber nur noch nach Bedarf. Wir haben jetzt viel zu viele Waffen. So, dann als nächstes ist das hier. Oh, und wir brauchen noch... Noch mehr Händler. Also einen Händler und... Ah, wir haben ja einen. Also ne, noch weitere Hausiere bitte erstmal. Oh, und sehr schön, wir kriegen Pferde. Das heißt, wir bräuchten da demnächst den Prestigepunkt.